Hallo zusammen, da das letzte Special Video mit Tim so mega gut bei euch angekommen ist und ihr mit den Likes und Kommentaren komplett eskaliert seid, habe ich hier etwas Neues für euch. Das war's für heute. Dieses Video ist laut Dark Ghost eines der unheimlichsten Videos auf seinem Kanal. Ich persönlich kann da nur zustimmen. Dark Ghost untersucht in diesem Video nämlich einen sehr alten Hexenfriedhof. Diesen zu finden ist aber gar nicht so einfach, denn der Hexenfriedhof liegt weit abseits jeglicher Zivilisation, tief im Wald versteckt. Über eine Stunde irrt Dark Ghost durch den Wald, ohne etwas zu finden. Doch dann kommt wie aus dem Nichts ein sehr dichter Nebel auf und hüllt Dark Ghost komplett ein. Ohne zu wissen, wo hinten und vorne ist, läuft Dark Ghost blind durch den Nebel. Doch nach einiger Zeit sah er dann auf einmal etwas. Einen Grabstein. Er hatte den Friedhof der Hexen gefunden. Bevor ihr euch jetzt richtig schön gruselt, möchte ich euch noch kurz etwas ans Herz legen. Wer mich aktiv verfolgt, weiß, dass ich euch in regelmäßigen Abständen NordVPN ans Herz lege. Zum einen ist mir eure Sicherheit im Internet wichtig. Und zum anderen habe ich über die Monate hinweg immer wieder positive Nachrichten von euch in Bezug auf NordVPN bekommen. Viele haben sich bei mir bedankt, dass ich ihnen NordVPN empfohlen habe. NordVPN ist wirklich kinderleicht zu bedienen. Sobald ihr das Programm gestartet habt, seht ihr diesen Bildschirm. Hier klickt ihr nur noch auf Quick Connect und zack, habt ihr quasi einen privaten Türsteher, der nichts und niemanden reinlässt. NordVPN ist mit über 5200 Servern in 59 Ländern nicht nur das sicherste VPN, es ist auch noch das schnellste VPN auf dem Markt. Aber NordVPN bietet noch weitaus mehr. Zum Beispiel den neuen Bedrohungsschutz. Sobald ihr den Bedrohungsschutz aktiviert habt, schützt ihr euer Gerät vor schädlichen Webseiten, Viren, Online-Trackern und aufdringlicher Werbung. Und das selbst dann, wenn ihr nicht mit einem VPN verbunden seid. Auf einem NordVPN-Konto könnt ihr bis zu 6 Geräte verwenden. Egal ob es euer PC, euer Handy oder sogar euer Android TV ist. Nur für euch gibt es jetzt ein spezielles Angebot. Wenn ihr jetzt auf www.nordvpn.com.ungi geht, bekommt ihr das 2-Jahres-Paket mit einem exklusiven Angebot und 4 Bonus-Monate gratis obendrauf. Und das Beste, das Ganze ist mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie von NordVPN komplett risikofrei. Den Link findet ihr auch noch einmal in der Videobeschreibung und als Kommentar von mir angepinnt. Also, worauf wartet ihr noch? Schützt euch und eure Geräte mit dem sichersten, schnellsten und einfachst zu bedienenden VPN-Anbieter mit NordVPN. Also, ich bin auf die Seite. Ich bin weg, auf das Klobisch. Das ist der Wind oder der Wind? Ich weiß nicht. Ich bin weg, auf das Klobisch. Ich bin weg. Das ist der Wind oder der Wind? Ich habe mich überrascht, dass ich hier rauskomme und ich hier rauskomme Oder ist es der Tumann? Es ist ein bisschen странer Aber die Kamera nicht sieht Es ist nicht so schön Hier ist das Kladbische Das ist interessant, was das ist? Was ist das? Wer ist das? Сейчас, друзья, я поставлю здесь свет Так будет Более видно все это Жаль, камера не передает то, что я вижу глазами Я поставил сейчас здесь эгф Я не знаю почему, но он вообще не включается Либо он сломался Сейчас попробую еще рацию Смотрите Здесь кто-нибудь есть из мира мертвых? Кто-то там в кустах Кто-то там в кустах Вот С этой штуки С этой постройки Доносятся какие-то голоса Эти штуки Возьмите Я бы так Смотрите Что-то Возьмите Уф Was ist das? Ich sehe die Kamera, ich sehe, aber ich sehe, dass es nicht so ist. Das ist wie ein Gesicht. Das ist ein Gesicht, ein Gesicht, ein Gesicht, ein Gesicht und ein Gesicht. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht verstehe, dass ich das Gefühl habe, dass ich hier nicht verstehe. Ich fühle mich so, dass sich das Kladbisch vor dem Kladbischen vor dem Kladbischen Ich bin hier in die Gebäude auf der Straße Heute war der Dämpfe Ich habe die Schrauben Meine Rucksack haben Ich habe die Grunde genommen Ich habe mich überrascht, weil ich mich überrascht, weil ich mich überrascht weil ich mich überrascht bin Als ich wieder rauskomme, beginnt jemanden überrascht Das war's. Was ist das? Was ist das? Ich bin in die Nähe, ich bin in die Nähe. Das ist der Nähe. Das ist ein kleppes Das ist wie ein kleppes, nur ein kleppes Ich werde es öffnen. Ich werde es öffnen. Ich habe es nicht gesehen. Jetzt. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Da rache wird verloren. Das ist das Witzig. Das ist das Witzig. Es ist so cool, dass hier so viele Baben sind. Jetzt kann ich die Kamera öffnen. Blin nur schauen Blin Das ist echt krass! Jetzt probieren wir es. Hier ist jemand von Miro-Duch? Hier ist jemand von mir aus? Das ist ein bisschen wie ein bisschen was? Ich glaube, ich habe einen Schrauber. Ich habe einen Schrauber bekommen. Ich werde jetzt hier ohne Schrauber sein. Ich werde hier nicht mehr schrauber sein. Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh blöd Ich habe mich überrascht, ich möchte hier wegschrauben. Die Kamera hat sich um die Karte gemacht. Jetzt ist die Kamera auf der Kamera gekommen. Die Kamera hat sich um die Karte gebracht. Jetzt mache ich die Kamera auf dem Smartphone. aber dort jemanden vor der Geburt sehr, 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 sehr nahe Ich möchte noch einmal versuchen Ich wollte die Kamerung hier und in der nächsten Mal nur hier zu holen Aber ich denke, dass es hier nicht möglich ist Ich weiß nicht, ob ich hier wieder zurückkehren kann oder nicht oder nicht Ich denke, ich muss hier rausgehen. Ich denke, ich muss hier rausgehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auf der rechten Seite findet ihr jetzt noch zwei weitere unheimliche und interessante Videos. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Ungi.